Die Berlengas an der Atlantikküste in Portugal, in einer Stunde mit dem Boot von Peniche aus zu erreichen. Die Berlengas sind bekannt für ihre bizarren Felsformationen. Und für das 1502 Erbaute vor. 50 Menschen wohnen auf den Berlengas. Einer von ihnen der Leuchtturmwärter. Die Berlengas sind ein Naturschutzgebiet, das täglich nur 300 Touristen besuchen dürfen. Die Überfahrt auf die Inseln kostet 20 Euro. Und wer nicht mit dem Boot um die Insel fahren will oder über die Insel wandern möchte, der kann sich ausruhen am kleinen Badestrand der Berlengas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017